Servus, grüß euch. Ich bin Seppi von der Firma K2 hier im Marketing. Ich darf euch unsere neue Schuhkollektion vorstellen, Mindbender und Recon Ensem. Hier haben wir jetzt einen Mindbender 130, unseren Freeride Schuh, der die bewährten K2 Technologien hat. Die Powerlight Shell, einmalig am Markt. Drei unterschiedliche Materialien werden hier in einem Vorgang verbossen miteinander. Wir haben hier das härteste Material unten im Bereich, das für die Stabilität zuständig ist, vor allem für die Torsionsteifigkeit. Das Gelbe ist ein bisschen weicheres Material, das dann schon die ersten Schläge absorbiert und sich einfach schön um den Fuß anlegt. Und hier oben im Rissbereich ganz weiches Material, was für einen super Ein- und Ausstieg führt. Also für einen Performance Schuh mit einem 130er Fleck so einmalig. Das Ganze kombiniert hier beim Freeride Schuh mit Tech-Inserts, dass ihr in jede Bindung reinkommt. Und am Walk-Mode ganz einfach zu öffnen. 50 Grad Bewegungsfreiheit zum Skifahren oder zum Abfahren einfach wieder zumachen. Und das Ding ist fix und bietet volle Performance. Ja, macht super viel Spaß. Das Ganze kombiniert mit der Top-Optik. Probiert es sich aus. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.